Moin Leute, mein Name ist Artlog und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute schwimmen wir zusammen ARC und in der letzten Folge oder ja in der letzten aufgenommenen haben wir uns hier den Parasaurus-Sattel gecraftet und dieses Tier hier gezähmt das erbringt XP ich glaube 30 Prozent mehr und ja das konnte ich leider nicht hochladen weil es mit dem Tod nicht richtig funktioniert hat und deswegen... was ist da? Achso, da ist so ein Tier. Ich geh nochmal kurz hin und dann konnte ich das wie gesagt halt nicht hochladen und deswegen spielen wir jetzt halt so weiter und ja wir gucken mal erstmal und wir haben uns äh noch also ich habe mir noch den Bogen gecraftet und der sollte dann aufhören nehmen. Jo, es sind zwei. Scheiße. Boah. Glück gehabt. Ja, letztes Mal sind wir bis Stufe 14 gekommen, wo ich halt alleine gespielt habe. Äh jetzt können wir uns dieses erlernen und ich habe mir überlegt, dass wir dort oben eine Base errichten, bevor wir da unten direkt so was Kleines aufbauen. Nehmen wir lieber schon so etwas Größeres und dafür habe ich überlegt, packen wir schon mal oder wir ziehen noch nicht um, aber wir müssen dann erstmal die Materialien und sowas zusammen sammeln und sowas zusammen sammeln. Ich habe überlegt, dass wir da direkt irgendwie eine Holzbase oder sowas errichten und hier läuft direkt ein Parasaurus lang. Ich packe mal den Rest von den Sachen, die ich nicht brauche in die Truhe. Na, ich mache die erstmal Agro, damit die zu mir kommt. Komm her, du. So, jetzt schnell an Land. Scheiße, ich habe mich getroffen. Treffer noch nicht. So, jetzt habe ich getroffen. Der hätte jetzt nicht so viel Keratin gebracht, dafür aber Leder. Und jetzt können wir uns schon einen Schrank machen und einen Triceratops-Sattel. Super. Dann versuche ich mir jetzt schon mal diesen Triceratops da zu zähmen. Mit einer Keule. Ich hoffe, die geht nicht kaputt. Nein. Wieso schmiert mein Spiel die ganze Zeit ab? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ach. Ja, wir sehen uns dann gleich im Spiel wieder. Ach, verdammt. Oder? Warte mal hier, Ingo müsste doch der Triceratops sein. Da hinten ist er. Da hinten ist er. Oh, hier war doch ein höher gelevelter, oder? Ach, Mann. Da ist der Spino. Ach, da ist noch ein Triceratops. Oh ja, ein männlicher Level 6. Warte, ich greife ihn am besten mit dem Hintern an. Nein, bitte nicht ins Wasser. Oh, du bist so ein Idiot, ne? Ich lasse ihn durchschwimmen. Und wenn er ins Wasser ist, dann ist er tot. Aber dann ertrinkt er. Komm, bitte spring hoch. Nein, mach's natürlich nicht. Aber ich bin, glaube ich, schneller als der. Nein, lauf nicht ins Wasser. Ey, du bist so ein Trottel, ne? Ach, Mann. So ein Dummkopf. Du bist nicht gerade der Schlauste. Ich sperre ihm jetzt hier den Weg ab. Ja. Ähm. Ah, Medjubarries habe ich dabei. Gut. Den nenne ich Fritzi. Okay, er bekommt noch zwei Level dazu. Ist mir egal. Ey, jetzt kommt der hier schon näher. Scheiße. 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 Ne, ich will nicht alle. Beine verschwenden. Wie so ein dummen Vogel. Wenn du mir zu nahe kommst. Ne, ich klopp dir eine runter. Okay, 50 Prozent. Warte, diesen will ich auch noch haben. Warte. Und, komm da runter. Warte. 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 Ich bin jetzt aufgestiegen. Oh, okay. Das ist noch verbuggt. Vielleicht können wir uns den Triceratops-Sattel schon machen. Hä? Das ist ja komplett verpackt. So. Ähm. So, anhalten. Oh, du dummes Ding, du. Komm her. So, hat sie noch genug Essen? Ja, hat sie. So, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. ENDE 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 Untertitelung des ZDF, 2020